So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Ich hatte gerade hier nur kein Signal, aber es ging dann trotzdem, es ist nur eine Verzögerung gewesen, deswegen habe ich es nochmal kurz schließen müssen, die Sitzung. So, dann kommen wir zum DAX. Was ist denn bislang eben passiert, die Woche? Am Freitag war hier ein Long-Setup besprochen worden mit einem Kursziel von 10.900 Punkten etwa. Das wurde ja erreicht. Am Montag habe ich dann hier eben noch folgendes Szenario dargestellt und veröffentlicht im Video und auch im Chat, dass hier das Kursziel bis hier relativ sicher gewesen ist. Diese Bewegung bis knapp 11.000 Punkten eher vage, die hätte nicht stattfinden müssen, aber eben dann von hier aus direkten Abprall. Und wenn man jetzt hier an dieser Marke, habe ich auch nichts geändert, die ist ja wirklich wieder punktgenau herangelaufen. So, das ist erstmal die Vergangenheit gewesen. Und jetzt gibt es eben, heute habe ich eben noch nichts vorgestellt, weil halt das viel zu vage ist, was der Markt macht. Wenn man jetzt hier auch in den 5 Minuten zurückschaltet, dann sieht man hier wirklich Sprünge von fast 100 Punkten, vom Tief bis zum Hoch innerhalb von 15, 20 Minuten. Also der Markt ist einfach, der Markt weiß jetzt im Prinzip selber noch nicht, wo er hin will. Und ich kann eben leider eben auch keine Aussage wirklich treffen, also kein Setup vorstellen, wo eine wirklich hohe Wahrscheinlichkeit besitzt. Schaut man halt mal die Zeitebenen an. Hier ist es im Tagesschart auf Xetra, kann sich der Index über dem EMA 38 halt halten. Eben ein leicht bullisches Zeichen. Hier ist aber eben noch ein Gap offen, das wurde eben noch nicht geschlossen. Aber er ist eben weiter unter der ehemaligen dominanten Abwärtstrendlinie weiter. Das ist jetzt wieder negativ. Also hier schenkt sich der Index sozusagen, oder hier haben eben die Bullen und Bären eben auch keinen wirklichen Vorteil herausgearbeitet. Im 4-Stunden-Chart kann man im Prinzip eben auch keine klare Aussage treffen. Und hier ist eben noch weiter eben unter dem EMA 10 und unter der Rainbow-Unterkante. Also hier ein Gap Close bei 10.785 etwa. könnte man noch auf dem Radar haben, aber wenn man jetzt eben hier sieht, die letzten Kerzen, würde eben auch hier bei 10.000, bei rund 10.800 Punkten eine gute Unterstützung gebildet. Also hier gibt es keine klaren Signale. Wenn man jetzt hier den S&P 500 Index anschaut, dieses Chartbild habe ich schon ein paar Mal eben angezeigt. Und hier bei den roten Pfeilen, angefangen hier von 2012, hier hat es eben nicht so gepasst. Hier kam eben ein größerer Rücksetzer erst in der Woche vor Weihnachten. Diese Rücksetzer kam eben in der Woche vom 9.12., dieser eben vom 8.12. Und aktuell haben wir eben auch die Woche, das ist der 7.12. Also allein von der Saisonalität könnte eben diese Woche eine Bärenwoche werden noch. Im Dow Jones Index ist ja diese Marke, die sie schon seit Ewigkeit mitläuft, nicht überwunden worden. Auch nicht in der letzten Zwischenerholung. Aber hier jetzt ein klares Signal. Das letzte lief eben nicht hier beim Dow Jones ganz in den Zielbereich. Beim Nasdaq und beim S&P 500 lief es exakt hier an den EMA 200 hin, beziehungsweise beim Nasdaq lief es, was sich für ein Setup eben vorgestellt hat, direkt in die beiden Zonen rein, in die Korrekturzonen. Aber auch eben hier ist aktuell weitere Kursverluste möglich. Oder eben es hält auch hier auf Tagesbasis die Rainbow-Oberkante. Auch hier, wie gesagt, nicht unbedingt was Klares. Leicht eben favorisieren kann man ein Short-Szenario in meinen Augen. Aber eben nicht mit einer wirklich sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ich werde mir nachher eben nochmal die US-Märkte näher anschauen und eben auch noch ein anderes Setup, was jetzt nicht ein Index-Szenario ist, dann im Stream nochmal vorstellen. Aber das war es jetzt erst einmal. Danke fürs Zuhören und wir sehen, hören uns später wieder. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns später.